Musik Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, wie ihr leider im Hintergrund sehen könnt, sind die Eier leider noch nicht geschlüpft. Passiert, können wir nichts machen, haben wir keinen Einfluss drauf. Aber was wir sehen ist ein wunderschöner Himmel. Er ist wirklich schön. Und jetzt gehen wir mal zu unserer Villager-Farm, beziehungsweise zu unserem Villager-Dorf. Wir sagen ja Dorf dazu, wir machen daraus keine schöne Farm, so wie viele andere das machen. Ne, wir machen ein kleines Dörfchen, wir wollen zusammenleben in Frieden und wir wollen glücklich sein. Und des Weiteren. Achso, ich wollte gerade sagen, müssen wir noch Hühnchen holen. Ich habe aber noch Hühnchen. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, was soll das denn? ein kleiner leck am morgen vertreibt kommen sind sie wieder nicht glücklich hier ist immer nur einer drin was ist denn hier doch naja das was ich eigentlich zeigen wollte hier ist es noch dunkel gut so dahinter seht ihr unser neuestes gebäude oder gebäudekomplex schön mit ein bisschen glowstone ausgelöchelt ich weiß nicht warum der obere heller ist als die anderen keine ahnung fragt mich nicht es ist irgendwie so ich weiß nicht wieso hier relativ große freude ja also man kann schön ja also hier zwischendrin immer mal wieder hier drin ist es trotzdem hell dabei close to uns kann man auch so sehen und hier zwischendrin aber ich finde die lane lane alle finde ich relativ hübsch gefällt mir auch jetzt muss man nur noch gucken wie wir das verbinden weil eigentlich hatten wir ja immer hier dinge zu denen so so dann wollen wir das doch mal wegfahren oder so dann wollen wir einfach mal einfache wege machen oder dann wollen wir auch noch ein paar kleine sträßchen wir müssen ja es muss ja einheitlich aussehen sollte ja ein bisschen vernünftig aussehen aber ich hoffe das stimmt das stimmt hier mit zu kann nicht sein dass es hier aussieht wie hempels unterm sofa so hier haben wir glaube ich auch noch welche eine eine Tür das sieht aber nicht aus lieber so so und so perfekt oder naja was heißt perfekt ne aber man kann damit leben mit dem Ergebnis ach so was machen wir denn hier da würde ich ja schon fast so weit gehen und einfach sagen einfach mal so eine Linie das sind die Prime Nutzer die Prime Nutzer die kriegen die haben direkt das die Gartenlandschaft vor der für dich vor den Füßen hier die Aquariumlandschaft das sind die Prime Nutzer so so viele haben wir ja gar nicht mehr ich glaube ich habe noch ein ganzes Deck ne so da müssen wir uns ja bald schon mal Gedanken machen wie wir richtig schöne Lampen da reinkriegen auch wenn wir hier eigentlich noch eine Runde ja eigentlich noch eine Runde bauen wollten dass wir hier nochmal ein paar Häuschen hinkriegen ich weiß nicht ob das zwangsweise nötig ist ich weiß nicht ich mag das nicht so wenn ich die ganze Zeit auch künstlich baue also künstlich in dem Sinne weil wir die ganzen Türen ja machen wollen bin ich mir nicht sicher was machen wir dazwischen wenn das alles grün ist ist das schön oder nicht ich bin mir nicht sicher außenrum gibt es auf jeden Fall erstmal eine Straße das auf jeden Fall wie das innen drin wird weiß ich noch nicht vielleicht mal überlegen wie wir es haben wollen auf jeden Fall eins weiß ich mehr Licht ihr darf auf gar keinen Fall irgendwie ein Zombie spawnen können zack auf gar keinen Fall da ist verdammt wenig Licht warte mal hier haben wir drei Kerzen nebeneinander dann tun wir hier noch eine hin hier so sicher sicher so was machen wir jetzt dazwischen machen wir dazwischen noch was ich meine das kann man sogar noch dann ist wahrscheinlich eh schon wieder dann haben wir wahrscheinlich keine ne niemals haben wir da noch welche ne 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 weg ihr seht jetzt haben wir keine Steine mehr und ich hab hier auch keine mehr gg das war's das war's aber ist nicht schlimm wir können schon mal wieder Gedanken machen wie wir hier sowas machen ja aber so würde ich es gerne wieder machen so oder ähm so wie wir es draußen gemacht haben warte mal auf ähm so so sieht eigentlich hübscher aus aber dann brauchen wir ein bisschen mehr und wir müssen ein bisschen mehr mehr und mehr und mehr aber okay es ist aber machbar ist aber nicht so das Problem also warte mal hab ich die Melonenfarben noch an dass die hier die ganze Zeit noch an ist also dass hier die ganze Zeit noch Zeug kommt wo ist die aus eben kurz gucken die sind noch die sind noch da das hier ist noch an das machen wir mal aus so dann ist hier zwei Farmen ja dann sind beide Farmen aus ja dann sind beide Farmen aus okay dann kann nur noch hiervon was kommen hier von unserer schönen ähm Seetankfarm und äh von der äh Zuckerrohrfarm ne Zucker hier 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 vorn wieso geht die hier nicht komm schon oh wow guckt euch das an alles bis bis oben hinten jetzt nachher wächst eins und alle fangen runter wow wie knapp wie knapp so hier geht's hoch wir machen schon mal wieder ein paar Vorbereitungen das heißt wir werden ein paar ähm Zäune basteln ein paar Stufen mitnehmen und so weiter und so weiter dafür werden wir die nehmen müssen wir mal gucken eins zwei drei vier fünf achso das sind ja schon das wären für 16 Laternen 16 Laternen ist schon viel so dann nehmen wir noch mit ah ja äh ich habe gar kein Platz mehr ich weiß das Rezept nicht ich weiß das Rezept nicht äh wie war das jetzt ah ok äh ja ok irgendwie kann ich das nicht so ne fünf fünf drei drei das ist vier vier so eins zwei drei eins zwei drei so eins zwei drei vier fünf so so viel hin und her ähm 30 Stück werden auch noch nicht reichen dann machen wir hier nochmal drei Stück eins zwei drei eins zwei drei eins so 39 Stück könnte reichen dann müssen wir noch die machen ja das können wir machen hier noch ein paar mehr oh nein das müssen aber noch mehr sein also das hilft eh nix 20 Stück reicht nicht reicht nicht ja die sieben weg da ja das reicht erst mal so ähm müssen wir mal was wegräumen hier was wir nicht mehr brauchen das brauchen wir erstmal nicht die brauchen wir erstmal nicht der Rest brauchen wir erstmal alles nicht weizen erstmal nicht close to nehmen wir mit perfekt dann gehen wir mal rüber dann gehen wir mal rüber 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 so dann werden wir wieder mal ein paar Lämpchen aufhängen also Lämpchen Lämpchen von Lampen nicht von Lämmelein wer hat denn hier eine Antriebsschiene reingeschmissen ne oh shit wo bin ich denn hin so hier hab ich ja schon welche gebaut gehabt ne überall mit ganz viel Licht warte mal wie viel ist dazwischen eins zwei drei vier eins zwei drei vier eins zwei drei vier zip eins zwei drei vier zip ok hier machen wir da das ist hier nicht symmetrisch es tut mir leid also sowas ist ich Trigger wow das war nur auf der einen Seite so ist das jetzt richtig warte mal so 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 der ist wer hat das denn hier gemacht wer sagt es nicht ich weiß dass ich das war aber ich mein hä hab ich da gesoffen so 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 uff da kommen mir ganz schön viele Lampen hin ne aber egal ui ok so ja wir werden das in der nächsten Folge auf jeden Fall fortsetzen ähm ich danke euch fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge da werden wir die Lampen ein bisschen hinsetzen werden wir noch ein paar mehr Lampen machen so mal gucken wie viele wir haben wie viel wir machen können wir schauen uns das an in der nächsten Folge bis dahin ciao 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 Vielen Dank.